Die Fahrt endet hier und der Zug geht zurück Richtung Altmaridenlauf. Zur Weiterfahrrichtung Alt-Tegel nutzen Sie den Kettelzug vom Gleis gegenüber. This train terminates here to return for more alternativen law. For continuing to walk Alt-Tegel, please take the shuttle train from the other side of the platform. O6, nach 08, einsteigen bitte. 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 O7, nach 08, einsteigen bitte. O7, nach 08, einsteigen bitte. O7, nach 08, einsteigen bitte. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020